Mit der neuen App für das iPhone von Bell kann man sich prominenten Besuch an seine Grillparty holen. Denn niemand Geringeres als der Grillchef und sein Kumpel geben sich die Ehre. Sind Größe, Distanz und Position angepasst, kann man filmen, wie sich die beiden unter die Gäste mischen und das Geschehen kommentieren. Zur Auswahl stehen viele verschiedene Szenen und Sequenzen. Sämtliche Aufnahmen lassen sich nicht nur lokal wiedergeben und abspeichern. Was hast du da für Leute eingeladen? Haben wir kein Zuhause? Nicht noch Leute am Essen. Sondern können auch auf YouTube veröffentlicht werden. So wird aus einem geselligen Grillfest ein gefragter Streifen. Oh, hast du gesehen? Der andere. Ja, ja. Genau. Furchtbar. Die alte Schmappe. Das ist doch jetzt deine, oder? Alle, die nicht gerade ein iPhone 3GS zur Hand haben, können sich mit Geräten älterer Generation zusammen mit den Spezialgästen fotografieren. Für ganz besondere Anlässe gibt der Schweizer Musiker Blick einen Exklusivauftritt für die Grillgesellschaft. Die neue App von Bell macht's möglich. Bell, du bist der Grillchef.